Denn jede Veränderung in der Vergangenheit führt zu einer anderen Zukunft. Man kommt aber aus einer ganz bestimmten Zukunft. Und diese eine ganz bestimmte Zukunft setzt eine Vergangenheit von uns. Und wenn wir die verändern, dann wird es nie mehr diese Zukunft geben, aus der man kommt. 1982, das Licht geführt zum ersten Mal die Augen in einem Land, in dem es normal ist, gegen Kerst die Alten zu tauschen. Keine Hochhäuser, Berge sammeln, tausend Kinder die Kühe jagten und versuchten, der Herde nachzulaufen. Ich war ein kleiner Scheißer, gerade mal leicht, wir mussten weg und so geschah es, da ließ uns mein Vater allein. Verließ das Land auf der Jagd nach den Scheinen und so verlor er den Rat zu seinen eigenen Kindern. Meine Mutter war auf sich allein gestellt, sie musste Schnaps verkaufen, denn leider fehlte meistens Geld. Doch mein Opa schüttete sich alten Schlapsen auf und heimlich füllte er die Flaschen dann mit Wasser auf. Ich hab nichts mitbekommen, sah nicht die Wut und so verging ein ganz verdammtes Jahr wie im Flug. Es kam der Tag, an dem wir auf der Flucht in diesem Zug saßen, auf dem Weg nach Deutschland, dass wir Kinder auch eine Zukunft haben. Siehst du die Zeit vergehen, sie bleibt nicht stehen, mein Leben, der Zeiger wird sich weiter drehen. Siehst du die Zeit vergehen, sie bleibt nicht stehen, reißen, nein sie bleibt nicht stehen. Siehst du die Zeit vergehen, sie bleibt nicht stehen, mein Leben, der Zeiger wird sich weiter drehen. Siehst du die Zeit vergehen, sie bleibt nicht stehen, reißen, nein sie bleibt nicht stehen.